hallo koch fans ich begrüße euch nach langer zeit endlich mal wieder in der cooking area ich habe euch gesagt ich bin umgezogen leider ist die cooking area noch nicht ganz fertig aber ich fange schon wieder an neue videos zu machen heute machen wir zusammen eine leckere spätzle pfanne die zutaten dafür seht ihr hier neben mir und jetzt wünsche ich euch viel spaß den kohl schneiden wir zuerst in dünnen scheiben und dann den streifen achtet aber darauf dass ihr den strunk entfernt anschließend wird der kohl für fünf minuten gebraten zu dem kohl geben wir jetzt die brühe er muss dann so lange kochen bis keine flüssigkeit mehr vorhanden ist anschließend geben wir die spätzle mit dazu und lassen sie auch zwei minuten mit anbraten dann noch mit salz und pfeffer würzen und mit der sauren sahne servieren ja koch fans das war auch schon das video für diese woche es werden jetzt wieder jede woche neue videos kommen versprochen wenn euch dieses video jetzt gefallen hat hinterlasst mir doch bitte einen daumen nach oben und kommentiert das video natürlich könnt ihr den channel weiterhin völlig kostenfrei abonnieren bis zum nächsten mal wünsche ich euch jetzt viel spaß und kocht weiter